Die Corona-Pandemie hat unser aller Alltag verändert. Aber sie zeigt uns auch, was möglich ist. Zusammenarbeit funktioniert auch ohne persönlichen Kontakt. Ich erlebe das gerade auch jeden Tag, zum Beispiel in Videokonferenzen mit den Gesundheitsministern der Europäischen Union. Die Pandemie zeigt uns aber vor allem eins. Ein gutes, ein modernes Gesundheitswesen braucht digitale Lösungen. Die digitale Zukunft, von der wir in den vergangenen Monaten so viel gesprochen haben miteinander, sie hat längst begonnen. Die Videosprechstunde war Anfang des Jahres noch ein Nischenprodukt. Mittlerweile bieten sie 25.000 Praxen in Deutschland an. Ärzte tauschen weltweit Informationen zu dem neuen Virus aus. Die deutschen Unikliniken haben sich binnen weniger Wochen digital vernetzt. Und tausende Bürgerinnen und Bürger spenden jetzt schon ihre Daten an unser Robert-Koch-Institut, um daraus Erkenntnisse auch zum Verlauf der Pandemie zu gewinnen. Diese Energie, dieser Einsatz, diese Start-up-Mentalität haben mich überwältigt. Und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen davon bewahren können, auch für die Zeit nach Corona. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Darum brauchen wir noch viel mehr kreative Lösungen, mit denen wir die Epidemie hier in Deutschland, die Pandemie auf der Welt unter Kontrolle halten können. Ich freue mich, dass Sie bereit sind, beim diesjährigen Healthcare Hackathon einen Fokus auf Apps rund um Covid-19 zu legen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Sie mit jeder klugen Idee einen wertvollen Beitrag für die ganze Gesellschaft leisten. Ich freue mich aber auch auf viele weitere digitale Tools, die unser Gesundheitswesen besser machen. Sei es in der Pflege, in der Notfallmedizin oder in der Forschung. Denn auch jenseits der Corona-Pandemie stehen wir vor vielen Herausforderungen, die die Politik nicht allein bewältigen kann. Die Welt beneidet uns momentan um unser starkes und unser widerstandsfähiges Gesundheitssystem. Darauf können wir als Gesellschaft wirklich stolz sein. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Darum danke ich Ihnen allen, dass Sie dabei sind und mit Ihren Ideen unser Gesundheitswesen noch besser machen. Alles Gute und gute Ideen.